So hallo liebe Freunde und Kunden, hier ist mal wieder der Fahrrad-Doc aus Göttingen. Heute mal aus der Humboldt Allee 30. Ich wollte euch heute mal einen anderen kleinen Laden hier vorstellen. Das ist das Geschäft, wo ihr einfach hinfahren könnt, Auto anhalten können, Fahrrad anhalten können, Schläuche kaufen, Schlösser kaufen, Zubehör kaufen. Hier gibt es keine großen Wartezeiten. Ihr könnt da einfach hinkommen, reingehen, das geht alles sofort. Hier ist auch eine kleine Service-Station für euch. Hier kann jeder kostenlos Luft aufpumpen. Hier gibt es auch ein bisschen Werkzeug. Hier kann man sich auch mal selber seinen Reifen flicken, wenn man möchte. Das Ganze hier ist, wie gesagt, auf Schnelligkeit und auf Effektivität ausgerichtet. Hier haben wir von 9 bis 16 Uhr, Montags bis Freitags auf und im Moment haben wir hier auch ein bisschen Kapazitäten, dadurch, dass die Uni leider geschlossen hat. Also es würde mich freuen, wenn ihr den Laden hier mal ausprobiert. Hier kriegt ihr auch alles, was ihr bei uns im großen Laden kriegt. Ja, danke, tschüss!